Hallo, Moin oder Grüß Gott, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mal ganz gerne erst drei Sätze in eigener Sache sagen. Zuerst möchte ich mich bedanken bei allen neuen Abonnenten, die den Kanal abonniert haben und für alle Daumen, die ihr mir gegeben habt, auch wenn es nicht beim letzten Video waren, sondern davor für die ganzen Videos. Dann wurde angeregt das Thema Spickzettel. Spickzettel ist kurz und knackig. Richtig, so ist das. Deshalb folgendes, wem das ganze Gelaber jetzt nicht interessiert, der spult bis zum Schluss. Dort gibt es den Spickzettel, den könnt ihr entweder abfotografieren, den könnt ihr per Copy und Paste ziehen und dann werde ich einen Link reinladen, einen Link schreiben, bei dem es den zum Download gibt. Aber mit dem Abfotografieren mit dem Handy, habe ich neulich festgestellt, klappt das wunderbar. Oder auch hier, wie gesagt, Copy und Paste. Ja, Spickzettel wird es nicht regelmäßig geben. Spickzettel gibt es in Form, so wie ich Zeit habe, so wie mir danach ist. Ja, was mir auch für ein Thema einfällt. Also ich bin übrigens auch gerne offen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge machen möchtet, was euch interessiert, welcher Spickzettel euch interessieren würde. Heute habe ich mir vorgenommen, Graufilter, neutral dicht oder ND-Filter kurz genannt. Die Funktion von den Filtern ist hier die Belichtungszeit zu verlängern. Wenn ich die Belichtungszeit verlängere, dann wird das Wasser ganz glatt. Wir haben jetzt hier nur ein bisschen Welle, das fällt hier gar nicht auf, unsere Welle. Aber diese bisschen Welle ist nachher schön glatt. Kommt besonders gut, wenn das Wasser mehr Bewegung hat. Nächster Effekt, den wir haben, die Wolken werden schön schlierig. Also die geben diese schönen Schlieren ab. Und wenn man das Ganze dann in schwarz-weiß umwandelt, dann gibt es diesen schönen Look mit weichem Wasser und schlierigem Himmel. Außerdem wird übrigens der Graufilter auch noch eingesetzt beim Filmen. Mit aufgesetzt, da habe ich folgenden Vorteil beim Portrait-Shooten. Der Hintergrund verschwimmt, wird unscharf und das Model wird freigestellt. Also man sagt freigestellt, das ist dann scharf zu sehen. Und das ist der Vorteil. Aber ich möchte jetzt hier bei der Landschaft machen und da meine Filter einsetzen. Ich habe mehrere Filtertypen dabei. Und zwar zu den Filtern erst noch mal. Die Filter gibt es meistens so als Set zu kaufen. Ich mache hier keine Werbung für irgendjemand. Jeder muss das für sich entscheiden. Die gibt es meistens als Set zu kaufen. Ich habe 8, 64 und 1000. Ich habe erfahrungsgemäß meistens den Tausender benutzt. Nachteil bei diesem Filter ist folgendes. Man muss für jedes Objektiv-Durchmesser einen eigenen Filter haben. Das ist ein 82er. Ich weiß jetzt gar nicht, was der hat. Da steht noch eine Kamera. Was hat der für einen Durchmesser? 67er-Durchmesser. Also brauche ich einen 67er-Satz. Filter-Satz mit 67 mm Durchmesser, um es auch zu haben. Dann gibt es noch die Einsteck- und Schiebeschilder. Da gibt es einen Adapter dazu. Und verschiedene Größen. Ist aber in der Anschaffung etwas teurer. Sind teure Glasplatten. Dieser Filter, den ich hier habe, ist ein Schraubfilter. Der wird vorne aufgeschraubt. Aufs Objektiv aufgeschraubt. Nun war ich im Winter unterwegs. Es war schiet kalt, so um die 0 Grad. Und wollte Aufnahmen machen. Und dann den Filter da drauf zu schrauben. Leute, ich sage es euch. Wahnsinnig. Das ist ein Feingewinde. Und da bei Kälte mit kalten Fingern ein Filter aufzuschreiben, war mir ein bisschen zu pingelig. Habe folgendes gemacht. Ich habe mir einen neuen gekauft. Und das sind jetzt Magnetfilter. Also genau dasselbe, was ich hier habe. Nur Magnetfilter. Ich habe zu Hause schon einen Basisring aufgeschraubt. Das ist nur ein kleiner magnetischer Ring. Und in diesem magnetischen Ring kann ich nachher meine entsprechenden Filter aufsetzen. Die sind zum Beispiel 8, 64 und 1000. Und die setze ich dann einfach auf. Gut. Aber jetzt geht es mal an die Praxis. Und jetzt fangen wir an zu fotografieren. So. Ich habe die Kamera auf Stativ gestellt. Ich habe den Bildstabilisator ausgeschaltet. Ich habe DOR, also einen Dynamic Range Optimizer, ausgeschaltet. Das ist so eine Art HDR. Passt jetzt hier nicht so richtig dazu, wenn es gefällt. Der kann es aber auch lassen. Also das nicht hier. Ich habe einen Fernauslöser, beziehungsweise Selbstauslöser. Den habe ich hier im Handy. Da gibt es verschiedene Arten. Zeige ich euch nachher nochmal. Ich habe das Dateiformat im RAW-Modus und mache natürlich zur schnellen Kontrolle ein JPEG auch noch. Wenn ich es brauche, nehme ich noch einen Polfilter. Den habe ich heute nicht drauf. Brauche ich einfach nicht. Da würde ich das Wasser entspiegeln, denn es wäre kontraproduktiv. So. Dann als nächstes kontrolliere ich mein Histogramm. Histogramm, ob mein Histogramm ausgeglichen ist. Und das ist der Fall. Zur Information mal. Ich drücke jetzt einfach mal kurz drauf. Haben wir ein schönes Boot drin. Ich gebe jetzt mal kurz ein Bild. Ich bin jetzt erstmal in der Blendenvorwahl und habe mir meine Einstellungen getroffen. Ich habe ISO 100 eingestellt, Blende 16 und er sagt jetzt 1,6 Sekunde. Ich merke mir die 0,6 Sekunde. Ich stelle meine Kamera jetzt um in den manuellen Modus. Meine Blende bleibt die 0,6 Sekunde. Bei mir ist es das hintere Einstellrad. Ich drehe in den Bulb-Modus. Ich habe mir im Internet runtergeladen, einen ND-Filterrechner. Den werde ich jetzt extra einblenden. Ich habe mir meine 1,6 Sekunde gemerkt. Und ich werde einen ND-1000 Filter jetzt aufsetzen. Und dann berechnet er mir eine Belichtungszeit von 17 Sekunden. Das werde ich jetzt mal machen. ND-1000. Das sind alles magnetisch gehaltene Filter. Und setze mein ND-1000 jetzt auf. Und dann stelle ich mir jetzt 17 Sekunden ein. Und betätige jetzt mit meinem Handy den Fernauslöser. Mit den Wolken ist das immer so ein bisschen Glückssache. Wie die gerade kommen. Am schönsten sind ja so Schäfchenwolken. Deshalb muss man immer mehrere Bilder davon machen. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ich treibe das Ganze jetzt mal auf die Spitze. Und zwar nehme ich jetzt nochmal den ND-8 Filter drauf. Um das Ganze jetzt etwas intensiver zu machen. Nehme wieder meinen Rechner dazu. Und kann einen zweiten Filter hinzufügen. Und zwar nehme ich dann den ND-8. ND-8, das sind drei Storbs. Und dann rechnet er mir 2 Minuten und 16 Sekunden. Die 2 Minuten und 16 Sekunden merke ich mir. Hier, ich verlasse meinen Rechner und gehe in den Sony Creators App. Die neue Creators App hier, die werde ich später nochmal vorstellen. Also wenn die erst einmal gekoppelt ist, dann ist das ein ganz tolles Ding. Aber das Koppeln ist dann immer so ein Problem. Und ich habe hier unten einen Schieberegler und betätige den jetzt. Und jetzt macht er hier seine Minute. Das Problem ist hier, die Sonne blendet sehr stark. Und man kann hier kaum die Displays erkennen. Ich mache noch mehrere Fotos. Denn mit einem bin ich immer nicht zufrieden. Wenn ich schon mal da bin und das ganze Gerödel aufgebaut habe, dann lohnt sich das auch. Vor allen Dingen hier jedes Mal mit jedem Bild, wenn sich die Wolken ändern, ändert sich auch mein Bild. Übrigens, mir ist noch aufgefallen, das sind Bilder, die ich noch einblende. Ich habe Bilder gemacht und der Kamerawinkel war so gut wie hier waagerecht. Und dann habe ich die Kamera mal senkrecht gemacht. War vielleicht 10 Minuten Unterschied, Zeitunterschied und 100 Meter weg von dem Ganzen. Das war ein total anderes Bild. Werde ich mal einblenden, dann sieht man das. Was für Bilder da sind. Zusammengefasst. Die Kamera steht auf dem Stativ. Der Bildstabilisator ist ausgeschaltet. Dynamic Range ist ausgeschaltet. Fernauslöser oder Selbstauslöser habe ich hier mit meiner App. Ich habe in Kamera RAW und JPEG. RAW zum Nacharbeiten schöner ist. Ich habe im Polfilter im Zweifelsfall. Das habe ich jetzt hier nicht drauf. Ich habe das Histogramm kontrolliert. Ich habe einen ISO-Wert von 100. Das kommt aber auch dann auf die Ausnahmesituation an. Ich habe den manuellen Modus. Ich habe die Lichtungssteuerung über die Zeit. Also ich habe hier eine Blendenvorwahl und steuere das Ganze über die Zeit. Im Zweifelsfall muss noch korrigiert werden. Erst manuell fokussieren und hinterher den ND-Filter anbringen. Das ist eigentlich das Ganze. Das Ganze ist bei mir ausgelöst mit der Sony Creators App. Und ich empfehle auf jeden Fall, und das werde ich euch auch verlinken, den ND-Filter-Rechner runterzuladen und auf dem Handy zu installieren. Ja, das war es dann schon mal wieder von mir. Wie gesagt, ich mache mal noch ein paar Fotos. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Hängt euch das alles hinten dran. Zum Spickzettel habe ich auch Bescheid gesagt. Der ist am Schluss zum Fotografieren. Es wäre schön, wenn ihr mich abonniert, mich weiterempfehlt, einen Daumen gar gebt. Oben nehmen wir den am liebsten. Und wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Okay. Bis dann. Tschüss. Oder ade. Oder servus. Oder pfizzeig. Was auch immer. Oh, ciao. guh- Vielen Dank. Vielen Dank.